Wie immer, wie in jedem guten Capcom, wieder mal ab. Das ist dann ein bisschen frischer. Dafür darf ich jetzt nicht nur aussuchen. Andererseits ist ja eigentlich auch ein cooler Versus-Modus. Hab ich jetzt wieder die gleiche genommen? Nee, du hast die mit dem... Das ist ja bei Mortal Kombat auch so. Der Verlierer sucht immer aus, die Macht über den Controller. Na, du nimm die Pad. Wie sie Action hier. Kann ich den Tisch abholen, ne? Guck mal, ich kann komplett an der Decke lang. Du hast auch diesen anderen... Den Check der Konda ist auch. Ja, super. Muss auch irgendwann mal wieder runter, Alter. Muss ich jetzt irgendwie bewerfen. Oh, man. Achs. Komm, weiter. Jaaaa. Ich seh schon, der ist gefällt mir, der Reoma. Ja, der ist total imbar. Ja. Zehne, hit, 20er, hit. Ich kann überhaupt nichts machen. Das ist so cool, dass du irgendwie diese Stühle so rennen kannst, die dir dann so nach hinten stupst. Das ist so cool, dass ich voll auf den Zack krieg. Das auch. Den wirfst ja die ganze Zeit nur irgendwie so ein Käse. Jaaaa. Also der ist ja wohl mal... Du mal, du hast noch voll Hitpoint. Es gibt jetzt Periaaaa. Der ist ja wohl der Rechte, der ist ja wohl lächerlich, oder? Wir müssen ja auch mal die Leute noch alles zeigen. Alles zeigen. Also... Und das liegt mich an dieser Tussi, mit der hab ich doch vorhin schon mal gekämmt. Ja, weil der hat doch vorhin ne... Ja, der ist ja wohl der Witz. Ist das hier der Hauptcharakter, oder was? Nee, eigentlich dieser Felgen für diese... Ja, der hat doch dieses Schwert. Was machst du denn gegen dieses Schwert? Brescheisen. Ah! Ah! Digit! Das ist lustig, wie die Bomben so... Ich weiß nicht, wie ich auf den Tisch komme. Die springt immer über den Tisch drüber. Ah, jetzt. Ah! Nein, jetzt hat sie alles. Was machst du für eine... Achso, du hast doch eine Flamme... Flammen F gesagt. Flammen F... Flammenfrau! Kann ich auf ihn gedauern? Hallo! Bleiben sie weg! Ja, die landen beide bei mir da unten! Hallo! Jetzt kriegst du gleich noch einen. Ich wollte da hinlaufen! Oh Mann, jetzt geh ich weg! Was?! Ja bitte! Final Round! Woran merkt man, dass jemand verloren hat? Einfach weil er plötzlich ganz nach hinten vibriert. Ja, der ganze Controller rumbled ein. Der hat komplett nach hinten durchs Zimmer gebrummelt. Och ja, bitte! Ja! Hallo! Mach dich doch nicht lächerlich! Ach! Ja, so ging es mir in der ersten Runde. Einfach nur... Ja, zwei da hinten bei dir, ne? Die dritte... Die dritte... Die dritte ist da oben! Da oben! Was hast du hier rausgegabt, Brüge? Ich hab ihn grad wieder einges... Ja, ich hab's gemerkt! Das finde ich so typisch! Ne! Ne! Oh, Mann! Piu, Piu, Piu! Piu, Piu, Piu! Piu, Piu! Piu, Piu! Das ist so billig! Und noch! Ach Scheiße! Ein solch... Ne! Oh! Du hast doch wieder... Ah! Ja, man darf sich nicht nur... ...nicht nur auf die... ...stones konzentrieren, sondern auch mal ein bisschen... Ja, eins oder zwei machen wir noch! Und ich denke mal, ihr habt so mitgekriegt was es ist! das spielt auch ein stück statt 1 1 1 1 1 1 1 noch mal den jetzt hatte noch ich kann ja gar nicht wechseln oder die hatten wir noch gar nicht die jahre als die rechnen stoffen ach so egal der war doch kacke ich weiß aber wir hatten die noch nicht gesehen dass er kacke ich habe noch nicht gesehen dass er gar kacke ich darf aus welcher charakter dann immer mal london london sein sogar das ist nicht london das ist london es gab uns ein teil world of power aus dem 2 ja ist man sich eigentlich auch noch besorgen ist bestimmt auch gut weil das ist schon lustig frage mich warum sie das nicht mehr aufgesetzt haben wir tun doch alles wieder neu auflegen in hd das spielprinzip ist gut was hat dann geil war es dann diese du hast die dieses essens schild mehr das war eine karte ja so eine tafel keine tafel hier kann man sogar mit der karte ich habe ihn schon und hinter das ding oder was dafür jetzt das ding was macht er super nicht so gut ja aber guck mal meine hit points an ok und er ist hat langsam und dafür macht er jetzt ist doch wieder die erste runde ist immer so bild hat aber einfach so ein stein auf den kopf geworfen das ding das barbaria power stone haus hier dieses leuchten hier die guck mal da oben bei mir das so ist das fachwerk ausgummel der kannte laterne nehmen ja das ist ja der ist nicht scheiße ich bin nur scheiße gewesen im ersten match so gut dass mir den einen auch noch überlassen ich bin gerade gar nicht so auf der höhe ja super dass er über dich die über die schmerz ist auch ganz sinnvoll nein deckt auch ein den jetzt mal hinten jawohl mit ansage können die jetzt mal hier hinten nein weg läuft dann das für gut geben was ach so bitte alle da hinten hin irgendwo eine gelbe jetzt was denn der schlägt die lantern ist so lang wie die ganze karte ach so ja ich darf ja ja gut power stone wir fordern hier wird das was dann aufgelegt wird genau nicht gefühlt nicht für die dream cars weil da gibt es schon gibt es schon die anderen next-gen konsol für die stream ja da kann man ja auch power stone hinschreiben ich weiß nicht ob man das sieht wenn du musst du mir nicht wohl die kamera aber noch mal näher ran ja doch man sieht man schießt man schießt aber leider kein video spiel während dessen ja leider na gut wir machen noch ein bisschen sagen wir machen die kamera aus und ja auch fürs zuschauen wählt uns ach ich soll start drücken